Aus dem Buch Jüdische Märchen und Legenden. Eine einzigartige Sammlung jüdischer Märchen und Legenden, ausgewählt vom israelischen Romancier Pinas Sadeh. Sie verbindet die Weisheit und den Witz ostjüdischer Erzähltraditionen mit der Farbigkeit und Fabulierlust des Orients. Die Königin und der Holzhändler Der König und die Königin saßen einmal auf dem Balkon ihres Palastes. Es war ein kalter Wintertag, der Wind wehte und es regnete stark. Da sahen sie auf der Straße einen armen Mann, der Holzfeil bot und ausrief, Holzscheite, Holzscheite. Da sprach der König, das Herz tut mir weh, wenn ich diesen armen Menschen barfuß in zerrissener Kleidung sehe, während wir hier sitzen mit unseren Kronen auf den Kopf. Und die Königin sagte, wahrscheinlich hat er keine Frau. Zornig erwiderte der König, was soll das heißen, er hat keine Frau. Ist denn ohne Frau das Leben kein Leben mehr? Bin ich denn nur deinetwegen König? Worauf die Königin erwiderte, so ist es. Wenn du mich nicht zur Frau hättest, wärst du kein König. Der König war sehr erbost, ließ seinen obersten Visier kommen und befahl ihm, die Königin aus dem Palast zu werfen. Wie denn, mein Herr und König? fragt der Visier. Sie ist doch unsere Königin. Und der König erwiderte, ich will solches Gerede nicht hören. Sie erhob sich über mich. Schaffe sie mir aus den Augen. Die Königin verließ den Palast, ohne etwas mitzunehmen, denn sie war störrig und wollte nicht um Verzeihung bitten. Und wohin ging sie? Ins Haus des Holzhändlers. Das war ein ärmliches, schmutziges und düsteres Haus. Der Mann hatte zwölf kleine Kinder, aber keine Frau. Als der Holzhändler mit einmal die Königin in der Tür stehen sah, war er völlig verwirrt. Wie war denn die Königin hierher gekommen? Er sagte zu ihr, Majestät, ich bin beschämt, euch in diesem Haus zu empfangen. Und die Königin erwiderte, ich bin zu dir gekommen und will bei dir bleiben. Ich werde jede Arbeit tun, die getan werden muss, und ich werde aus dir einen Menschen machen, sogar einen großen Menschen. Die Königin blieb im Hause des Holzhändlers, krempete die Ärmel hoch, machte Feuer und erhitzte Wasser in einem Fass. Danach befahl sie den zwölf Kindern und auch dem Holzhändler, sich zu baden, und alle gehorchten ihr. Dann wuschte die Wäsche, nähte und besserte Kleidungsstücke aus und richtete alles her, bis das Haus langsam Form annahm. Das Leben des Holzhändlers verschönerte sich zusehends. Tag für Tag ging er mit den zwei ältesten Söhnen zur Arbeit, während die Frau das Haus versorgte und den anderen Kindern Schulunterricht gab. Mit der Zeit wurde das Leben immer besser, sie sparten ein wenig Geld und zogen in eine bequemere Wohnung. Dann erwarben sie einen Laden, wo sie verschiedene Gebrauchsgegenstände verkauften und gut verdienten. Danach schickten sie die Kinder zur Schule, und sie waren gute Schüler und erlernten verschiedene Berufe. Einer wurde Rechtsanwalt, ein anderer wurde Arzt, und die übrigen erlernten ebenfalls wichtige Berufe. Dann zogen sie in eine große, schöne Wohnung mit Speisezimmer und Wohnzimmer, und jeder Sohn hatte dort sein eigenes Zimmer. Und selbstverständlich gab es dort Teppiche und andere Bequemlichkeiten. Eines Tages sagte die Frau zu dem ehemaligen Holzhändler, Es ist an der Zeit, dass du hin und wieder ins Kaffeehaus gehst und die Leute zum Trinken einlädst. Wenn jemand dich grüßt, lade ihn ein, gib Geld aus und spare nicht dabei. Die Hauptsache ist geben. Der Mann tat wie geheißen und ging jeden Tag mit einem seiner Söhne vornehm gekleidet ins Kaffeehaus. Er lud die Leute zum Essen und zum Trinken ein und verteilte Almosen nach allen Seiten. Eines Tages bemerkte der König bei einem Besuch im Kaffeehaus, dass ihn die Bettler nicht wie gewohnt belagerten, sondern einem fremden Wohltäter große Ehre erwiesen. Der König hatte den ehemaligen Holzhändler nicht erkannt und glaubte, er sei ein reicher Wohltätiger aus der Fremde. Der König war sehr betrübt und fragte sich, was ist geschehen? Er beriet sich mit seinem Visier, doch auch dieser hatte keine Erklärung. Schließlich gaben einige der Kaffeehausgäste dem König eine Erklärung. Dieser Wohltäter ist von weit hergekommen und keiner weiß, wer er ist. Auch seine Geschäfte sind geheim und nicht bekannt. Wirklich staunte der König. Als der Holzhändler nach Hause kam, erzählte er der Frau, dass der König das Kaffeehaus besucht hatte. Da sagte sie, ich bin sicher, dass er dich bald zum Essen in sein Haus einladen wird. Nimm die Einladung nur unter der Bedingung an, dass er dir ebenfalls einen Besuch abstattet. Und der Holzhändler erwiderte, ich werde tun, was du sagst. Am nächsten Tag kam der König wieder ins Kaffeehaus. Als er den Holzhändler erblickte, sagte er zu ihm, euer Erwürden, es tut mir leid, dass man euch in unserem Land keinen gebührenden Empfang bereitet hat. Doch jetzt, da wir uns begegnet sind, lade ich euer Erwürden ein, in meinem Haus zu speisen. Da erwiderte der Holzhändler, ich werde mit großen Vergnügen kommen und auch meine zwölf Kinder mitbringen. Doch müsst ihr mir versprechen, mir einen Gegenbesuch abzustatten. Der König und der Holzhändler einigten sich auf einen bestimmten Tag. Zunächst speiste der Holzhändler mit seinen Söhnen an der Tafel des Königs und danach folgte der König der Einladung des Holzhändlers. Und welch ein Festmahl hatte die Königin vorbereitet, alles vom Feinsten und vom Besten, Fleisch und Geflügel und Fisch und Reis und die verschiedensten Soßen und süßes Gebäck und die edelsten Getränke. Alles auf feinsten Geschirr und von Dienern gereicht, die jeden gelehrten Teller oder Becher sogleich wieder füllten. Es war alles wie in einem Königspalast. Nachdem alle reichlich getrunken hatten und ein wenig schläfrig geworden waren, bereitete man den Gästen wie den Hausbewohnern Liegepolster, die mit Jasminblüten bestreut waren. Und die Frau flüsterte dem Holzhändler zu. Nachdem du dich niedergelegt hast, beschwere dich mit lauter Stimme, dass die Stiele der Jasminblüten dich stechen. Alle legten sich auf die Ruhepolster und der Holzhändler klagte mit lauter Stimme. Frau, die Stiele dieser Jasminblüten stechen mich. Und sie erwiderte, in der Tat, bist du schon so verwöhnt, dass die Jasminblüten dir zu hart erscheinen? Ich dachte, sie seien weicher als die Holzscheite, die du auf dem Rücken durch die Straßen schlepptest. Im Nebenraum vernahm der König diese Worte, erkannte die Stimme seiner Frau, der Königin, und alles wurde ihm klar. Er sprang von seinem Ruhepolster auf, ließ barfüßig in den Nebenraum und rief freudig. Meine Frau, meine teure Königin, bist du hier? Alles, was du mir gesagt hast, war die reine Wahrheit. Alles, was im Haus geschieht, ist der Verdienst der Frau. Und sie bringt den Segen ins Heim. Der König und die Königin kehrten in ihrem Palast zurück. Sie verheirateten ihre Tochter mit einem der Söhne des Holzhändlers und auch dieser ehelichte eine gute, anständige Frau. Und beide Familien, die des Königs und die des Holzhändlers, lebten in Glück und Wohlstand. Und das ist die Geschichte von der Königin und dem Holzhändler.